willkommen mein name ist tief und wir spielen heute für euch klinik service also und los ihr freudelt das kuh clean first floor living room kitchen bathroom später eben bathroom bathroom storage dann verpissen wunderbar ja so ok in the area appears my left mouse to interact haben wir haben wir licht gett ihr ein licht bitte ich habe mal einen teppich gestolpert das ist ja geil alter sag mal was ist das für eine teppichkante alter ist das düster es ist zu dark hier ich muss den lightswitch finden das wird hoffentlich der sein willst du mich verarschen das ist hier der lightswitch das ist hell oh bitte nicht also ich wäre ja dafür dass das reinigungspersonal ebenfalls mit lampen ausgestattet wird na sag mal was ist denn das hier für eine beleuchtung freunde das geht ja gar nicht ich sehe hier nichts es ist es ist einfach nur es ist schwarz es ist black so ist das hier das ist ja ein fenster ich weiß ja gar keine Ahnung ob das eine tür oder ein fenster ist was ist denn das hier was ist denn hier ach das sieht ja nicht gut aus ja das ist schön da ging wohl ein bisschen was daneben ok living room ich würde mich an das auch machen aber ich kann nur stehen warte mal hier ist eine Lampe hier ist eine Lampe da auch schön echt jetzt vorne die 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 Fernbedienung oh nee hier ist schon ein party hart gewesen hier na immer vorbei hier so schön alle doof Kante hier liegt wunderbar 90 Grad am Tisch ausgerichtet so wie es sein muss und fahrt noch nicht irgendetwas ist noch ich kann es nur nicht sehen ich kann es nicht sehen ach hier doch der Stuhl na Mensch der Stuhl ok schön das wäre ein schön unheimliches Haus muss ich sagen schön dünne Treppe für einen Dicken wie mich so hier ist ein Lichtschalter den machen wir mal an wunderbar hier wollen wir mal noch eine unbequemte Pflanze Alter wie sind die denn hier ausgerastet so oha Fehlermeldung 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 so hier haben wir noch Lichtschalter put it ja nicht sexy mama punkt süß schön ach toll toll ja too much Porn Freunde das passiert so jetzt viel besser viel viel besser würdet ihr das eigentlich bei euch auch nutzen so so Reinigungs Service wenn ja schreibt es doch in die Kommentare tatsächlich die Mucke ist auch so minimalistisch und doch so gruselig die ganzen Bücher alle weggeschmissen egal so so Bett gemacht du bleibst so so und noch quasi den Vorrats Raum Spion oh das ist ja ein schönes Bild hm was ist denn das für ein Quatsch ach ich sehe nichts ich sehe gar nichts oh nein 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 Mr. Littnis Mr. Littnis hm 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 ok wir müssen jetzt hier erstmal jetzt den Blutflecken wegmachen und dann kommen wir also hier weiter fick nicht gut was was ist denn jetzt passiert warum haben wir denn jetzt eine blutige Hand können wir uns verletzen da heißt das wir können uns verletzen an der Kerze was für die Kerze ohne oh nein nein oh nein ok 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 cool cool gut Licht hier nicht hä was hä was macht der denn so ich gehe mal von aus dass wir jetzt erstmal überall die Blutflecken finden müssen oder irgendwas hallo hallo wo ist denn das ganze Zeug hin was ist denn jetzt hier nur los da sind nur noch Blutflecken meiner Meinung können wir hier durch die Tür durch nope ich weiß tatsächlich sollen wir die wegmachen sollen wir die man hör auf hör auf Junge ich mach das nicht Junge bitte so welche fiesen Soundalerts hm so wie wie komm ich denn hier in die Türe oder soll sollen mir die Blutflecken ideal sein mhm ist müde weg nach oben ist noch wurscht ah ich bin noch der Meinung das geht weit irgendwie über den Arbeitsvertrag einer Reinigungskraft hinaus da bin ich mir ziemlich sicher ach Jojo dankeschön danke danke oh man wieso wisst du das ist immer das wenn Benni sagt so irgendwie oh guck mal ich lehne mich jetzt hier entspannt zurück aber ich stelle euch mal richtig schöne fiese Alerts noch ein irgendwie ja ich denke hab mal schön den Stief danke Benni danke im Chat bin ich gar nicht böse hier Benni böse Benni hm was haben wir gerade gemacht hab ich weil es halt so duster ist es ist so dunkel seht ihr überhaupt was ist hier bloß irgendwie eine grüne Wand irgendwann mal aufploppen und das war so okay hier ist nichts hab ich hier schon mal an dem Schalter rumgefriemelt glaube ich nicht ne 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 also ich bin äh ziemlich felsenfest der Meinung dass man unten in der Küche definitiv noch da irgendwie immer sauber machen muss aber wie wie kommt man da hin ach guck mal jetzt ist offen warum ist denn jetzt offen oh mal kicken vielleicht ist jetzt oh 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 okay er ist schnell er ist schnell er ist schnell oh können wir jetzt hier lang ja wir können hier lang kehren los oh man ey echt es sind immer so ne kleinen miesen Spiele die so fies wären ey oh jetzt muss was was ist was nö 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 ist er da ist er da ist er da ist er da ist er wo ist er wo muss ich hin ich verlob mich noch ich bin nur ich bin da so nein ich nein oh hier mach das auf zurück hin oh ich bin da so ein Orientierungshampel hm lobe ich nur im kreis oh da ist der ausgang da ist der ist das der ausgang ich lobe einfach oh bitte 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 mach quats oh cool 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 ich bin fertig ich würde gehen ich möchte nicht mehr hier sein oh okay okay oh thank you for playing oh der war ja mal mies der war ja das war ja mal ein mieses game Leute lasst auf jeden Fall einen Daumen dafür nach oben da und ich möchte von euch hören ob ihr euch ebenfalls erschrocken habt ansonsten sehen wir uns zur nächsten Schicht zum reinnehmen wieder ihr Lieben und äh weiß es irgendwo mir hat sie auch nicht bis dahin see you die die Cac valu fte sho bisschen bis 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 Vielen Dank.